Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute die Auflösung des Mosh 36 DZ Gewinnspiels. Am 16.09. vor mehr oder weniger einem Monat gab es ja das Unboxing zu besagter Box und zwar dieses hier. Damals gab es ja ein Gewinnspiel bzw. Giveaway. Unter allen, die ihre Lieblingsline von Mosh 36 kommentiert haben und den Kanal abonniert haben, habe ich eine DZ-Box verlost. Und jetzt werden wir mal schauen, wer der glückliche Gewinner bzw. die glückliche Gewinnerin ist. Das ist das aktuelle Datum, 17. Oktober 2017, also genau ein Tag danach. Gestern um 23.59 habe ich noch einmal das Video aufgerufen. Zu dem Zeitpunkt waren es 47 Kommentare. Wir haben hier den YouTube Random Comment Picker. Jetzt geben wir hier mal die URL ein. Wenn es jetzt wieder 47 sind, jawohl, dann ist seit gestern, seit Ablauf der Frist, kein Kommentar mehr dazugekommen. Jetzt drücken wir hier auf Start und jetzt wird ein Kommentar ausgewählt. Kano BT. Ich bin dankbar, dass Mama mich geboren hat, Papa mich erzogen hat, damals in der großen Stadt. Alles klar. Kano BT, das ist auf jeden Fall eine Line von Mosh, die du hier gepostet hast. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob wir dich auf Anhieb finden. Das schaut doch vielversprechend aus. Jetzt schauen wir noch kurz mal deine Abos an. Perfekt. Hier abonniert Unbox Kings. Sehr schön. Das bedeutet, mal kurz eine Trail-Aufpause. Das bedeutet, du bist der glückliche Gewinner. Kano BT. Herzlichen Glückwunsch. Falls du dieses Video sehen solltest, bitte unbedingt melden per E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zwei Wochen Zeit hast du. Also, wir haben heute den 17.10. Das heißt, in zwei Wochen ist dann der 31.10. Bitte bis dahin melden mit deinen Adressdaten, wohin ich die DZ-Box verschicken darf. Ja, ich hoffe, du meldest dich bis dahin. Ansonsten müsste ich noch jemanden neuen ziehen. Aber ich gehe mal stark davon aus, du meldest dich bis dahin. Alles klar, das war's für heute. Bis zum nächsten Gewinnspiel, bzw. bis zum nächsten Unboxing. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao.